So liebe Leute herzlich willkommen zurück zu GTA The Contract und wir machen heute weiter mit der nächsten Mission für Ranklin. Das ist eine VIP Mission. Er hat uns gebeten, dass wir zum Golf Club mal kommen sollen und ja hier der verrückte da der verrückte da der ist mit dabei den er ja auch schon aus den letzten folgen kennt ja ja und freundliche mitarbeiter so ok was war jetzt erwartet so los um den golfkopf zu betreten das machen wir doch ja und ich stehe hier an der türe und ich habe keine ahnung ob du mit rein kannst schade ok dann jedoch du bist du da also es gibt eine Mission auf alle Fälle du bist auch in die Mission mit eingeladen ist jetzt weil ich wieder bist du und heißt am ball bleiben so bereits das geschäft ich habe einen möglichen partner erwartet im golf club von los santos das ist wirklich wichtig partner also zeigt fingerspitzengefühl sie dich richtig an sagt nichts falsch ist da kriegen wir das vielleicht hin bereit oder wenn das wenn ja und kämpft werden würde es nicht am ball bleiben heißt sondern am sack bleiben so du darfst jetzt natürlich auch laut wird aussuchen ich stehe mal der abschnitt den abschlag kurz will ich ja hey hey how do i look let's roll hey you know in vinewood this is where all the deals get done but if you really want in on it you gotta play the game all right look follow my lead because these dudes straight moguls you see that skinny one right there that's dj pool nah i'm going again come on really i can do better is this what we got all dressed up for mm-hmm yeah i knew i was gonna hate this i don't like sports that you can snack when you play next time we'll go on roller skating hey good to see you bro hey what's up cool shit it's my business associate associate shit getting real hell yeah come on are you sure about that hell yeah i'm sure shit we ready we set up we ready to go dog all right job better deliver fuck my shit up too golf oder was soll ich das wissen ich weiß es auch nicht ich hab keine ahnung was mich erwartet sehr lustig ich kann ziemlich gar nicht wieder ein realer auf dem spiel hier ah you know what i'll take a mother that was a perfect shot you could sneeze and blow that in nah nah hold on i got this this is a stupid fucking game the things i do for a hit record so wait you're the one that's gonna find the phone right excuse me mr uh young is it look we're gonna play through okay give you plenty of time to finish up whatever this is you're gonna what come on we'll just be a second right play through we're gonna play through listen you ain't playing through shit oh very nice that's very nice place is crap what did you just say you heard what i said how are we supposed to play around with this bullshit hey man back the fuck up you see that's the same video yeah okay my wife's having an affair with the owner every single one of you is going to be blackballed before you reach the ninth team is that right yeah that's right come on jean me and you gonna make some calls and see what's what what the fuck was that about man fuck if i know with everything that's going on in my life right now this is the last fucking thing i knew she's having an affair with the owner i gotta call this guy nah 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 fuck that fuck this these two guys have what it takes to find my property then they can definitely take care of this shit we got you home good because i'm done with swinging these fucking clubs man what are you doing listen take care of these fucking assholes before they make trouble for me and if you do you can handle my business my phone wasn't lost man it is stolen and there's material on that fucking phone that i really care about unreleased material you know what i'm saying and if you know anything about me you know that i don't put anything out before it's ready and i'm dead ass serious about that we got you home come on guys let's get the okay okay yeah 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 well I think we have something else that's good yeah 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 ok wir sollen jetzt sollte ein schüchtern ich hab nicht mal natürlich super ja so super wie das bonn punkt gerade werden einfach mitten in den golfer parkplatz reingespornt und rammer ist nur ich habe ja was gemacht und wir haben schon gerammt eigentlich falls sie sich trennen sollten sonst die haben nicht mich ich habe ja die hälfte schon erledigt bei b naja ich weiß ich habe ich jetzt da rein welcher überraschend wirst du natürlich jetzt durch die durch das filmstudio fährst also wie ist schon mal eingeschüchtert gleich auch das war nicht ich glaube dort sind fest gut gelöst man merkt man wieder du bist dabei was du am besten kannst ich habe nichts dafür dass er sich nicht weiter bewegen du hast ihn doch da rein geballert in die eke ja der war schon mal drin als ich kam ja die halte da vorne hätte vorne doch locker hätte locker vorne was rausfahren können sagen wir es mal so naja wie sieht sich so wie die schwere mission was ich mir sagen müsste nein wir waren noch nicht fertig wir sollten ihn noch verfolgen ja alles gut nur mal weh bitte ich schau mal in der halbe ich brauche wenig mal was machen der fährt selber gegen die wände und gegen die ampel nun wie ist das we just gotta get them to stop and put a beaten on their ass now ram them motherfuckers come on man fuck this shit up that way oh yeah you're paying for that today meine damen und herren und für sowas hier hat man fünf millionen im spiel bezahlt 5 millionen um die agentur überhaupt zu kriegen aber ich habe heute noch mal siebenhunderttausend gut geschrieben bekommen also ich hab die aufs konto gekriegt ja der ist jetzt gerade ein bisschen er hat sich jetzt ein bisschen mehr ich stehe mir doch nicht blöder im weg kollega der haut ab kommt doch nicht weit kommen wir das war ja wie gerade geht es nur fucking freien ich habe da keine waffe die schüchtern auf der kopf entgegen jetzt jetzt folgen wir können auch gerade nicht mehr so schnell fahren wird das auf ja ja der haut gerade ab wir sind aber auch falsch er ist gerade ein der fiktor steiner der fährt auf dem pier auf den pier für ein bier weil wir näher kommen wenn es der uns aus das ist ein bisschen gewollt glaube ich gerade warum schweben die liga in der luft das musst du deine frau fragen so darf ich das ist der da ja ja hey come on let's fuck his ass up a little bit hey hey come on calm down hey come on let's explain some shit to this little bitch now let's just be reasonable what's your price nah motherfucker there's only one language your ass won't understand take it easy i apologize you hear that i apologize man kann nicht mal getroffen meine auch nicht mehr auf den boden hier ich habe ihn schon ziemlich weh getan total beschreut ich konnte nicht mehr auf den hauen all right ich hab einfach auch nicht ich hab einfach nicht das ist ein ding hey drey you took care of that thing nah you won't be here from him no more but what about that other thing all right cool look send it over with you right on mommy hey ich glaube i stand mein akku ist fast leer vom handy deswegen ist gerade mal kurz angestickt so weiter jetzt erstmal kurz reingesteckt okay das mache ich am sonntag wieder so dauert jetzt wieder kein moment wie sowas kommt 50.000 gebracht ich habe 7000 gekriegt ich habe jetzt fast 2,2 millionen so was ich mal was du gesagt musik geht aus ist weg wenn die bei die aufgabe rauskommt ja also in aufnahmen und links hörst du dir nicht das ist die aus dem radio nicht ja das ist klar ich habe musik diesmal nämlich laufen lassen so also wie gesagt jetzt müssen wir warten bis franklin wieder anruft bis der mit die nächste mission mit halt dass es dann weitergeht so war denn noch mal dein büro das war auch irgendwo hier unten oder da kommt kein guter we haben bisnes man sollen wir gehen back to office wenn du dir sagst all right i want you to meet the team so we can plan this thing out man after all me can see i operate now i don't know what do you think we're about to do some high-tech problem-solving when you learn that shit you can learn right she guess i got to thank my own for that so gut dort zurück zur agentur aber liebe leute ja ja das ist alles da unten wenn man nacht ich muss die kopfhörungen gestecken tatsächlich weniger ja ja mein nachtclub mein nachtclub und meine agentur sind ziemlich weit unten sind alle relativ da beieinander dass sie die straße nämlich eben nicht links gefahren an dem an der tankstelle vorbei sondern weiter geradeaus dann wirst du quasi an meinem nachtclub gelandet er ist nicht auch da unten ob du das hier träge erst in geschmissen so gut dann hätte ich mal rein und guck mal was wirklich für mich hat ich glaube ich kann ja du hast auch mal gegen die glaubt hier so gut so gut so gut so gut Was? Nein, 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 nein! Du willst wissen, was ich gefunden habe? Ja! Okay, so... Der Telefon hat ein bisschen extra Sicherheit, um zu verhindern, das ist cool, bis du es verletzt hast. Und es ist eine große Schmerz in den Arsch. Es ist Firewalled. Kein Weg in, kein Weg zu tracken. Also, du sagst, wir haben nichts in? Wir haben eine Sache, aber... Es ist wie ein High Key Radical. Frau, ich war ein Radical, wenn du noch in der Klinik war. Was ist das? Du gehst in den FIB, findest du die Serverstacks für unser Programm der Maske Rebellen, schau dir eine Hand in einem von ihnen, um mir einen Raum zu geben, und nicht geteilt. Dann, ich kann eine fulle Daten-Signatur und tracken irgendwelche Kopien, die mir gemacht haben. Ich dachte, dass diese Schein war schwer. Ich habe den FIB, meine Frau, eine lange Zeit vor. Wir haben das. Ich komme sofort wieder. Ich muss mal kurz was holen. Ich habe den FIB, meine Frau, ich habe den FIB in meiner Arbeit. Okay, kein Dillio. Ich habe da schon nach unten. Du bist einfach durch meine FIB? Mein Schmerz, Herr Mogul. Ich wusste nicht, dass wir die schwerwiegenden nicht in dein FIB in deinem Büch. Ich habe keinen Koffer. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Du bist nicht meine Frau, die Frau. Hey, was ist mit deinem FIB? Oh, er ist... Schau. Komm her, Junge. Komm her, Junge. Komm her. Komm her. Komm her, Junge. Du bist überall auf dem Ort. Mann, was ist passiert, Chop? Mann, ich mag das. Mann, ich mag das. Mann. 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 Dre lost his phone? Dre lost his phone. That man's a physician. You know how important that is, man? I bet it's all kinds of shit in that phone. I wonder what's in that phone. Dude been making beats for years. A legend. Man, look, if that Mythical Lost album was up in that motherfucker, you planned it for me first. Dog, Tripp, it ain't like that. If I did find something in the fucking phone, man, I'm giving it back to him. You repeatedly disappointed me, man. You owe me anyway, dog. Your dog made my re-up into an edible. What's so him, nigga? Come on, man, we're gonna get chopped up out of here. Y'all take point on this, all right? Hey, I'll get on the line as soon as I can. But I got history with these F.I.B. motherfuckers. Dog, come on! You think you can put in a good word with Dre for me? I mean, to get him to endorse LD Organics, man, we'll be on. I'm talking about green giant buku retirement paper. Man, do you fucking ever listen to yourself? I listen to me all the time. You should listen to me. Baby, then we'll know where Dre phone at, nigga. Okay, uh, get onto the network in your office. You know where your office is, right? Good. And we'll get started. Yo. Das war ein Gelaber. Meine Fresse. Das war ein Gelaber.